Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead und es neigt sich dem Abend hingegen und wir wollen in die Scheune mal gucken, wir haben Clementines Mütze gefunden, es sieht aus als ob es gewittern würde beziehungsweise es hört sich so an deswegen wollen wir uns beeilen und schauen mal hier rein Es ist okay, Clementine, du kannst sie Es ist okay, bitte Woah, Katja says Mabel could have her baby tonight We'll see, Clementine What's this thing? Daddy said it's called a salt lick Yeah, but don't lick it, it's gross Did you lick it? I don't know Wer ist das denn? Ach, ja, Katja ist ja der Tierarzt Stimmt, 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 stimmt Mein Hatt, du hast es gefunden Ich wusste, du hast es gefunden, du sagst, du würdest Hörst, hast du dein Hatt jemandem gegeben? Nein Hast du einen Strangern gesehen, die es im Motorrad sehen, die es haben? Nein, warum? Es ist wahrscheinlich nichts, nur lass mich wissen, ob du etwas gesehen hast Okay, ich will Hey, Lee Hey, Lee Do you think you'll ever have kids? I'd like to someday Maybe a little girl like you That's nice You'd be a good daddy Well, thanks for finding my hat You're welcome, Clint Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead Hmm Hier ist Katja Können die Kuh ansehen She looks skinny Hey there, Andy Yeah How's the cow? Well, better now we got Doc on the case Um, when do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? Don't worry Mama's cooking up some good grub We met this woman up in the woods She seemed to know your brother Uh, yeah, he, uh, he probably talks a little more than he ought Thanks Yep Hm Können wir noch mal mit Doc reden Have I missed anything? No, not really Hm, it's most funny in here Like manure What's manure? Duty Kids Hm Können wir mal hier reingucken Was haben wir denn hier so? Man muss sich eigentlich immer alles bei The Walking Dead anschauen Weil Es kann immer irgendwas geben, was man Eventuell übersehen hat Beziehungsweise Es gibt auch ein paar Extras Die einem Noch nicht mal so ganz in der Hauptstory weiterbringen Aber es gibt Extras Ich will ihn in den Hohen Bleib einfach nah an deine Mutter Okay Der Doc So, hier mal nochmal gucken Ich glaube, wir können auf beiden Seiten alles durchschauen Okay Okay, was haben wir hier Empty Hm Also nur ein paar Kartons Auch nicht viel Was ist denn hier? You found it too, huh? Lee, they're hiding something Behind this door I got a quick look They got boxes of stuff Something metal and sharp Don't get paranoid It's my job to be paranoid, Lee It's my job to be paranoid, Lee I got my whole family on this farm right now How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what I know you will Look, that guy with Katja What's his name? He locked it up real tight the second we came in I definitely heard a noise back there, Lee What? My point is we gotta know for sure So go find a hammer or something And I'll have this thing off in a second You back me up in case them farmers come running Hang on, man Think this through You smashed the lock Then what if it turns out you're wrong You just fucked your chance to get a good meal On those kids you're trying to protect Use your head, Kenny Alright, Professor What did you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first Wir haben vier Schrauben Hey, Lee You know how to pick a lock, right? No Why would you say that? Well, you're You know Urban Oh, you are not saying what I think you're saying Jesus, man I'm from Florida Crazy shit just comes out of my mouth sometimes Sorry Hmm What? See those screws? Instead of breaking the padlock We can just take off the assembly Have a peek inside And then replace it all again Like nothing ever happened Alright Sounds like you got a plan I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow Andy Shit, I thought that was Danny Whatever Can I help you boys find something? Just checking out the barn here Never been to a dairy farm before Just don't roam around without me or Danny The farm can be a dangerous place You know The bandits and all Sorry about your friend Hey, do me a favor Don't fuck around with this door, okay? Just, you know Mama gets nervous Andrew, I need your help again No problem Right away, Doc Irgendetwas ist hinter dieser Tür Und ich Ich hege die Befürchtung Ich hab ja vorhin Oder vor ein paar Folgen mal gesagt Ähm Dass manches Ein bisschen zu schön ist Um wahr zu sein Und ich hege so ein bisschen Die Befürchtung Dass Hier irgendetwas faul ist Und dass wir gerade Hinter dieser Scheune Noch irgendwas finden Sonst noch was? Nein Okay Dann Ähm So Also nichts spannendes Wir müssen eigentlich Danny oder Lenny oder Wie ist der Typ? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau Ist aber auch egal Äh Den müssen wir ablenken Werden wir dann demnächst machen Hier ist auch nur noch ein Futtertrog Aber sonst nichts weiter Okay Dann sollten wir eventuell rausgehen Und uns draußen mal umschauen Oh So Wie kann eine Frau wie dich this whole place Oh Ich habe es einfach gut Außerdem habe ich meine Jungs zu helfen Ich konnte es nicht ohne sie Der Larry Ich habe ja Äh Eine Idee Und zwar der Generator Ähm Ähm Genau Er weiß Was man da machen müsste Eventuell Ähm Was ist das denn Ich glaube ich werde einen Schreiber brauchen für das Also habe ich Ich habe das Gefühl Aha Hier haben wir doch was Ja Und da wollen wir doch mal einen Blick reinwerfen Ja Das könnte funktionieren Das könnte funktionieren Ist zwar kein Schraubenzieher Ist aber was ähnliches Schauen wir mal Was da so alles passieren könnte Aber Ich glaube das könnte eine größere Reaktion auslösen Deswegen Ich glaube das sehen wir in der nächsten Folge Ist die Folge mal ein bisschen kürzer Aber ich habe ja auch die letzte Folge Auch mal ein bisschen überzogen Oder die vorletzte Folge Ich weiß es gar nicht mehr Ich habe ein bisschen überzogen Auf jeden Fall Ähm Deswegen sage ich Bis zum nächsten Mal Macht's gut Haut rein Auf Wiedersehen unter Ciao